Willkommen an der Anita Augsburg Berufsoberschule. Hier bekommen Sie Informationen für den Besuch der Vorklasse. Nun ist es also soweit. Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung und möchten sich weiterqualifizieren. Mit dem Besuch der BOS können Sie in einem Jahr das Fachabitur und in zwei Jahren sogar das allgemeine Abitur schaffen. Haben Sie aber einen mittleren Schulabschluss über den Beruf erworben, dann geht es zuerst in die Vorklasse. Und zwar ohne Aufnahmeprüfung. Eine Aufnahmeprüfung in den Fächern Deutsch, Englisch und Mathematik brauchen Sie nur, wenn Sie einen abgeschlossenen Beruf, aber noch keinen mittleren Schulabschluss haben. In der Vorklasse bereiten wir Sie gezielt auf die 12. Jahrgangsstufe vor. Wir unterrichten Sie von 8 bis 14 Uhr in den Fächern Deutsch, Englisch, Mathematik, Biologie, Chemie, Pädagogik und Psychologie, Geschichte, Politik und Gesellschaft und Religion oder Ethik. Wenn Sie die Vorklasse erfolgreich abschließen, also wenn Sie mindestens die Note 4 in allen Fächern haben, dann geht es in die 12. Klasse. Falls ein 5 oder gar 2 Fünfer dabei sein sollten, können Sie diese Noten ausgleichen. Da müssen Sie aber in den anderen Fächern wirklich gut sein. Alle, die noch keinen mittleren Schulabschluss haben, bekommen den, wenn sie die Vorklasse erfolgreich abschließen. Für alle gilt aber, dass die Probezeit im Dezember darüber entscheidet, ob der Weg für Sie an der BOS weitergeht oder nicht. Die Ausbildungsrichtung, Gesundheit oder Sozialwesen hängt davon ab, welchen Beruf Sie erlernt haben. Aber keine Angst, diese Entscheidung müssen Sie erst für die 12. Jahrgangsstufe treffen. Bis dahin können Sie neben dem Unterricht verschiedene Zusatzangebote wie Theatergruppe, Filmgruppe, Sportgruppe oder noch vieles mehr nutzen. Und falls die Kinder bis zu drei Jahren haben, besuchen diese unsere schuleigene Krippe. Wir freuen uns auf Sie. Bitte denken Sie daran, unter www.bos-sozial.musim.de sich auf dem Laufenden zu halten, wann die genauen Anmeldezeiten sind und was Sie alles für die Anmeldung brauchen. Auf der Homepage bekommen Sie auch einen Einblick, was wir Ihnen alles bieten können. Schön, dass Sie auf die BOS wollen.